Dazu muss man spielen. Jürgen Klopp, der zwei, drei Minuten früher aus der Kabine kam, als die eigene Mannschaft. Da haben sie einmal Überzahl auf dem rechten Flügel, kein Abseits von Mario Götze, der ist im Tempo, das ist nicht mehr zu verteidigen. Lewandowski lässt sich ein bisschen fallen und Götze bedient ihn natürlich. Exzellenz. Einmal war die Jürgen Schild Kevin Großkreutz. Keiner rückt raus, alle warten und dann fällt Klose ihn unhaltbar ab. Der wird so lang und so unangenehm und plötzlich stürzt er da hinten runter, der Ball. 2 zu 0, Borussia Dortmund. Zehn Minuten noch.